Musik Bunsenbauausführung. In Schwerin ein bekannter Name. Vor allem die Sparte Gerüstbau. Markanteste Beispiele sind die Sanierungsgerüste am Schloss. Die Baufirma erschließt seit mehr als 20 Jahren Baugrundstücke. Insgesamt bereits acht Wohngebiete. Das bisher größte ist zugleich das neueste. Die Waisengärten. Gerade konnte Carsten Bunsen die Schlüssel zu einer Wohnung im ersten fast fertigen Mehrfamilienhaus übergeben. Dass der Bau qualitativ hochwertig und pünktlich fertig ist, ist nur die Hälfte dessen, was ihm am Herzen liegt. Für mich ist schon mal sehr wichtig, dass die Chemie zwischen dem Kunden und uns stimmt, weil man ist im Regelfall ein Jahr miteinander zusammen. Man erfährt gegenseitig viele Sachen und da ist es schon mal unwahrscheinlich notwendig, dass eine Vertrauensbasis aufgebaut wird. Weil im Endeffekt bauen wir ja das Zuhause für die nächsten Jahrzehnte für unsere Kunden. In Sichtweite der neu gebauten Waisengärten-Domizile eine weitere Baustelle in der Amtsstraße. Von der Schlüsselübergabe ist Carsten Bunsen hier noch weit entfernt. Gerade wird noch am Fundament der Reihenhäuser gearbeitet. Gemeinsam mit dem Bauherren geht Carsten Bunsen noch einmal die Details durch. Schwerins neues, schon jetzt sehr begehrtes Wohngebiet mit Seeblick ist eine willkommene Herausforderung. Also die Waisengärten sind das größte innerstädtische Bauvorhaben der Stadt in den letzten Jahrzehnten. Hier werden ungefähr 250, 270 Wohnungseinheiten entstehen. Wir haben hier die ersten drei Häuser errichtet. Und das, was man hier zum ersten Mal in einem größeren Stil durchsetzen wird, ist die Arbeit mit einem Gestaltungsbeirat. Dieser Gestaltungsbeirat setzt sich aus mehreren Architekten zusammen und gibt Hinweise, Anregungen und Ideen zu verschiedenen Gestaltungselementen. So wie bei uns zum Beispiel, dass wir den Sockel hervorheben. Und wir haben uns hier zum Beispiel für eine Marmorfassade entschieden. Auf einen Preiskampf lässt sich Carsten Bunsen grundsätzlich nicht ein. Ihm sind die kleinen Handwerkerfirmen, die dafür Meisterqualität liefern, lieber als die großen mit ihrem stetigen Unterbieten und Rabatten, unter denen oft die Qualität leidet. Fünf Jahre Gewährleistung kommen schließlich nicht von ungefähr. Diese fünf Jahre möchte ich ja gemeinsam mit dem Handwerker möglichst problemlos überstehen. Und dazu muss der natürlich in fünf Jahren auch noch da sein. Und die Zusammenarbeit, die wir schon seit vielen Jahren pflegen, sind zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre. Wir kennen uns alle, wir verlassen uns untereinander, aufeinander. Und diese Zusammenarbeit, ja, die macht eigentlich Spaß. In der Bergstraße entsteht ein Zweifamilienhaus. Auch das gehört zum Portfolio. Die Anbahnung dieser Baustelle war besonders und doch typisch. Wir haben einen Bauherrn hier, den kennen wir schon einige Jahre. Der hat immer ein innerstädtisches Projekt gesucht. Ob es nun eine Sanierung ist oder ein Umbau oder wie in diesem Fall nun doch geworden, ein Neubau. Und als er das Grundstück gesehen hat, war er total begeistert. Und das passt genau für seine Familienverhältnisse, für seine Vorstellungen. Wunderbar, wie die Faust aufs Auge. Wir errichten hier ein Zweifamilienhaus. Und das ist maßgeschneidert genau für diesen Bauherrn. Im Dezember feiert Bauausführung Bunsen ihr 25-jähriges Bestehen. Von der Entwicklung Schwerins vom hässlichen Entlein hin zu einer sehens- und lebenswerten Landeshauptstadt hat Karsten Bunsen Höhen und Tiefen im Hoch- und Tiefbau miterlebt und vieles selbst mitgestaltet. Und wenn nichts neu zu bauen ist, hält seine Firma gern auch Altes in Schuss. Auch Baureparaturen gehören natürlich zum Tagesgeschäft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017